So, Portimao, next track, äh, Estorin mit Portimao, Junge, was ist denn los? Guter Start. Ich bliege einfach, ich weiß nicht warum, aber ich bliege. Es ist immer geil, wenn man schützt und man weiß, ich weiß, man weiß nicht weiß. Guter Deutsch. Und ich nicht checke warum. Ich habe nicht auf die Strecke geguckt, ich habe nicht auf die Strecke geguckt, auch Mann, weil mein scheiß Handy geblinkt hat. Oh Gott. Ja, hier haben wir keine Punkte. Ich verlinke langsam meine Confidence. Ich brauche mich ja nicht mehr aufs Gas zu gehen. Also jedes Top 5-Watze in der Wärme am Ende, damit wir ihn logisch gut bekommen. Ich bin mir selber stell, aber... Ich bin jetzt eher nicht danach raus, das müssen wir auch mal halbzange haben. Nehmen wir einen nicht mehr letzter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Oh. Da hat sich einer von uns gemauelt, der Pahashiras, jetzt sind wir auf der 12, der 11, aber wir werden jetzt hier den Platz verlieren, Bayern tot auf die 11, wenn ich da so rüberfahne, da liegt es mich aber safe, mein Gott, mein Gott, ja und wir färten da hinten noch auf, das kann doch alles nicht wahr sein. Wow. Da hat er wieder eine Pumpen. Und Karin nehme ich noch mit. Es kann alles nicht wahr sein. Ich kann das alles nicht mehr. Zum Kotzen, Alter. Ich kann das nicht wahr sein. Ich kann das nicht wahr sein.